Gut, wir wollen uns heute mit dem Grundgerüst, also wie man das macht, eines Protokolls beschäftigen. Hier in diesem Beispiel ist es für Physik, das kann man aber für Bio- oder für andere Naturwissenschaften anwenden, das geht immer. Ich habe hier mal ein Wort hingeschrieben, das sieht lustig aus, vielleicht hamav, das ist Quatsch. Aber dieses Wort ist praktisch eine Art Grundgerüst des Grundgerüstes, denn dahinter stecken folgende Worte. Hypothese, Aufbau, Messwerte, Auswertung und Fehlerbetrachtung. Was dahinter steckt, das werden wir jetzt alles besprechen, wir werden viel darüber diskutieren, Pausen machen. Aber eins kann ich versprechen, wenn man sich an dieses Grundgerüst hält, ist man sehr schnell fertig mit dem Protokoll und vor allem man hat was, was man wissenschaftlich auswerten kann. Einige Bemerkungen zum Protokoll, wenn ich irgendwie mir etwas überlege, ihr seid ja dann später auch Wissenschaftler und werdet bestimmte Zusammenhänge versuchen zu erkennen. Ich sage immer gerne, Mathe muss man hinschreiben, denn alles was da steht, das kann man erst sehen. Ich muss also in diesem Protokoll mir diese Erkenntnis zunutze machen und etwas hinschreiben und zwar so übersichtlich hinschreiben, dass ich Zusammenhänge erkennen kann. Das wäre also Messwerte und Auswertung. Wenn ich die Messwerte irgendwo hinschmiere, dann weiß ich irgendwann später, vor allem wenn ich es später nochmal auswerten möchte, vielleicht unter anderen Gesichtspunkten, weiß ich dann nicht mehr was gemeint ist. Also in diesem Fall ist das das Wichtige, die Messwerte und die Auswertung so sauber wie möglich zu machen, damit man Zusammenhänge gut erkennt. Man kann sich bei der Auswertung auch irgendwelcher Diagramme bedienen oder, oder, oder. Alles solche Hilfsmittel sind erlaubt. Was das Thema Aufbau angeht, da wäre ich ja wahnsinnig, wenn ich beim Aufbau umfangreiche Texte hinschreibe, wie etwas vielleicht aussehen müsste, könnte oder sonst was. Da bedient man sich, wenn es nur irgendwie geht, irgendwelche Skizzen, das geht viel schneller und leichter. Was ist die Hypothese? Hypothese ist letztendlich nichts anderes, als dass ich mir vorher sage, ja, ich vermute, wenn ich dies und das so mache, wird das und das dabei rauskommen. Eine Hypothese muss nicht richtig sein. Es kann nämlich auch bei der Auswertung passieren, dass die Hypothese falsch war. Wenn ich also zum Beispiel beweisen möchte, dass immer wenn ich rausgehe, es regnet und ich gehe raus und es regnet wirklich draußen, dann habe ich Glück gehabt. Wenn ich aber rausgehe und die Sonne scheint, dann kann ich sagen, okay, meine Hypothese, immer wenn ich rausgehe, regnet es, ist nicht richtig gewesen. So geht man da ran. Man stellt also eine Hypothese auf, eine Vermutung, eine Annahme, dass irgendwelche Zusammenhänge existieren. Und wenn man dann beim Versuch und beim Auswerten der Messwerte rausbekommt, dass die Hypothese gar nicht richtig war, dann ist es auch nicht schlimm. Dann hat man eben das Gegenteil bewiesen oder was anderes bewiesen oder einen ganz anderen Zusammenhang entdeckt. Das erstmal grundsätzlich dazu. Wir werden uns jetzt mit den einzelnen Dingen beschäftigen. Ich werde die in schwarz hinschreiben und wir werden uns eines Versuchs bedienen, den wir durchführen, um Zusammenhänge zu erkennen. Und dazu mache ich jetzt erstmal Pause und konkret an diesem Versuch, also an einem Beispiel, werden wir uns da die Sache zu Gemüte führen. So, wir haben uns mal hier was überlegt und zwar, nehmen wir mal an, wir haben noch überhaupt keine Ahnung und wir werden hier mit so einer Schaltung konfrontiert. Und da stehen entsprechende Sachen dran. Das Spannende an der ganzen Sache ist, die Spannung, die ich hier anlege, U-Gesamt, ist 0... bis 10 Volt. Das heißt, die wird sich wahrscheinlich ändern. So, normalerweise ist das eigentlich schon unser Versuchsaufbau. Den stellt man dem Protokoll nicht voran. Sondern, das wird praktisch unsere Aufgabe. Wir wollen uns folgendes überlegen. Und wir stellen jetzt die Hypothese auf. Wenn ich U-Gesamt in Schritten erhöhe oder überhaupt erhöhe, dann werden parallel dazu die Spannungen, die über R1, R2 und R3 zu messen sein, auch wachsen. Und zwar proportional. Beispiel, ich habe hier 1 Volt, dann steht hier vielleicht ein halbes Volt und hier. Und ich lege hier 2 Volt an, dann wird hier das Doppelte erscheinen. 3 Volt, dann das Dreifache und so weiter. Und wir wissen ja, Spannungen und Ströme verhalten sich proportional zueinander. Das ist das Ohmsche Gesetz. Ich kann auch sagen, U durch I ist konstant. Dann müssten also auch I1, I2 proportional mitwachsen und I3 auch. Aber I3 tatsächlich, wir wissen doch, dass die sich aufteilen und so weiter. Solche Vermutungen, die fassen wir jetzt mal zusammen als Hypothese. Und zwar sieht es dann so aus. Oh, Hypothese. Und zwar, ich behaupte oder ich vermute. Man kann auch behaupte sagen. Was ja dann später vielleicht durchaus falsch sein kann. Das, und jetzt mache ich es mal in blau. In blau ist immer konkret auf unsere Idee bezogen. Das U gesamtproportional zu U1 ist. Also ich muss das jetzt nicht ausschreiben, sondern ich nehme gleich die Kurzschrift hier. Dass U gesamtproportional zu I2 ist oder I1 und so weiter und so fort. Dass also alle Werte proportional mit dem Anwachsen von U gesamt auch anwachsen. Proportional anwachsen. Das ist meine Hypothese. Gibt es dazu Fragen? Gut, zweiter Schritt. Wir haben also etwas vermutet. Aufgrund unserer bisherigen Erkenntnisse. Und das werden wir jetzt beweisen wollen. Und dazu bauen wir uns eine Messschaltung auf. Und ich hatte ja eigentlich gesagt, das hier, das gehört noch gar nicht dazu. Das Ding liegt uns vor. Das haben wir schon mal da liegen. Und jetzt kommt der eigentliche Schritt. Jetzt sagen wir, jawohl, jetzt gehen wir da mal ran. Und das werden wir jetzt irgendwie beweisen oder widerlegen wollen. Mal sehen, ich würde es mal hier weglöschen. Ach ne. Na gut, dann lasse ich es erstmal hier stehen. Ist auch nicht so schlimm. Jetzt kommt die eigentliche Skizze. Jetzt könnt ihr bei, hier, Aufbaugeräte, weil ihr euch das ja unterschiedlich aufgemalt habt, könnt ihr schreiben, siehe Skizze. Oben. Das ist also ein bisschen doppelt gemoppelt. Das muss man nicht zweimal machen, das macht man eigentlich erst an der Stelle. Aber um besser zu klären, worum es ging, habe ich die Skizze schon mal vorweggestellt. Das war sozusagen der nullte Schritt, was wir da so machen werden. So, Siehe Skizze. Jetzt nehme ich die Skizze und überlege, was brauche ich denn für Geräte dazu? Also, Siehe Skizze oben heißt, hier ist die Skizze. Da ist sie. So, jetzt, was brauche ich denn für Geräte dazu? Naja, ich brauche eine Stromversorgung. Ach so, jetzt wollen wir ja wieder konkret werden. Ich brauche ein Stromversorgungsgerät. Ich brauche Messgeräte, also ein Spannungsmesser. Schreibe ich gleich U-Messer. Schreibt auch U-Messer, das geht schneller. I-Messer. Strommesser, ne? Amperimeter, dürfte meinetwegen auch sagen. Ich brauche Leitungsmaterial, also Kabel. Ich brauche Widerstände. Solche Sachen brauche ich hier alle, um das entsprechend aufbauen zu können. Und da macht man sich praktisch so eine Art Einkaufsliste. Was muss ich mir aus den Schränken zusammensammeln? Brauchen wir noch was? Moment. Auch diese Überlegung ist wichtig. Je einen, das genügt uns. Je einen Spannungs- und Strommesser, das genügt uns. Natürlich, luxuriös ist es. Wenn ich überall das Ganze, meine ganze Schaltung hier mit solchen vielen Geräten ausstatten könnte, dann kann ich nämlich schneller ablesen. Aber wenn man nicht so viel hat, kann man auch mal schnell umstecken und entsprechend messen. Kabel, die Anzahl, die müssen wir jetzt nur wirklich nicht zählen. Na klar, eins, zwei, drei. Da greift man in eine große Kiste oder ins große Klemmbrett und dann holt man sich da die entsprechenden raus. Wie die Schaltung aufgebaut wird, haben wir schon geübt, sage ich jetzt nicht. Das ist Aufbau und Geräte, das ist das Wichtige. Wenn es in Biologie zum Beispiel, was ganz anderes, ist ja ein ganz anderes Fach, da kann es manchmal nötig sein, dass ich das nicht so mache, sondern dass ich statt einer Skizze dann eben doch einen Text schreiben muss. Wenn ich überlegen will, ob ein Hahn Eier liegt, dann muss ich sagen, ich brauche einen Hahn und so weiter und so fort. Und den muss ich immer wieder aufs Nest setzen. Das muss ich in drei Sätzen darstellen. Zwei, drei Sätze, kurz beschreiben, immer so kurz und prägnant wie möglich beschreiben, was man machen will, um die Hypothese zu beweisen oder zu widerlegen. Noch Fragen? So, wenn ich jetzt Messwerte erfassen möchte, dann mache ich mir natürlich vorher schon mal am besten eine Tabelle. Denn wir hatten ja gesagt, wir wollen die Spannung U-Gesamt hier von 0 bis 10 Volt schalten. Und ich mache mir natürlich auch vorher die Überlegung, muss ich denn 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, also praktisch 100 Messwerte hinschreiben? Wahrscheinlich nicht nötig. Wenn ich es auch in 10er Schritten hinkriege und es stimmt immer, was ich vermute, dann reicht das. Wenn es spannend wird, mache ich mehr. Wenn nicht, nur so viel wie nötig. Aber nicht bloß mit drei Werten, da kann man nämlich mal ganz schnell Schriftbruch erleiden. Also mache ich mir eine Tabelle. Oh, naja, Tabelle ist allgemeingültig. Und jetzt hier konkret sieht die so aus. Wir schreiben hin, also U-Gesamt. Wir wissen ja, wir stellen am Stromversorgungsgerät meinetwegen 1 Volt an, es sind bloß 0,9 oder 1,2. U-Gesamt, am besten immer gleich in Volt. Dann kommt I-Gesamt in Ampere oder vielleicht in Milliampere. Wissen wir nicht. Können wir auch machen. Ich nehme mal hier ein Beispiel Milliampere. Dann kommt U1, natürlich wieder in Volt. Am besten gleich I1 dahinter. Und jetzt habe ich eigentlich Mist gemacht. Denn da würde ich mich dann hinterher ärgern. Ich schlage folgendes vor. Ich nehme nicht hier U1 und I1, sondern ich füge hier was ein. Und zwar U-Gesamt geteilt durch I-Gesamt. Das kann man in Ohm messen, beziehungsweise, ich gebe es jetzt hier mal altertümlich an, in Volt pro Milliampere. Dann brauche ich nämlich bloß das eine durch das andere zu teilen und bin fertig. Dann das gleiche wieder mit U1, I1. Ich lasse jetzt mal die Einheiten mittlerweile weg. Also die schreiben wir natürlich immer dazu. Und dann wieder das gleiche U1 durch I1. Dann habe ich es nämlich sehr übersichtlich und weiß immer, was dabei passiert. Und da ich ja auch den Zusammenhang feststellen wollte, ob U-Gesamt sich zu U1 proportional verhält, kann ich auch sagen, U-Gesamt durch I1, äh, durch U1. Also das, was ich untersuchen will, das schreibe ich mit in die Tabelle. Die Tabelle kann mächtig breit werden, aber da das mit Taschenrechner alles schnell zu erledigen ist und durch Ablesen auch schnell zu erledigen ist, ist es nicht schlimm. Dann nehmen wir halt unser Blatt quer. So, und dann werden hier solche Werte entstehen wie 0. Natürlich ist dann auch 0. Ich nehme jetzt mal Werte an, die ich mir jetzt einfach so intern überlege. Und hier geht es immer weiter, ne? Also alles, was nötig ist, U-Gesamt zu U2, U-Gesamt zu I1 und, 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 und. Alles solche Dinge, die schreibt man dann alle hin. So, und jetzt könnte es sein, erster Schritt, U-Gesamt 1,1 Volt. Dadurch, dass ich das Volt hier oben schon stehen habe, spart man sich das natürlich. I-Gesamt, äh, nehmen wir mal an, 10 Milliampere, glatte 10 Milliampere. Jetzt 1,1 durch 10 ist 0,11 Volt pro Milliampere. Ich will gar nicht umrechnen, ob das Ohm sind, Kiloohm, Megaohm, irgendwas, das ist mir im Moment egal. Ich will nämlich hier, wenn es wirklich so ist, Quotientengleichheit haben. Wenn ich hier jetzt, ich nehme es mal ganz glatt, nehmen wir mal an, ich hätte jetzt wirklich 2,2 Volt angelegt, und ich habe hier auch 20 Milliampere, dann muss hier trotzdem 0,11 entstehen. Wenn ich jetzt sage, ich nehme 3 Volt und habe 3,1 Volt durch 30 Milliampere, eigentlich müsste es 3,3 sein. Und ich teile das, dann wird hier ein Wert abweichen, also der wird hier etwas kleiner werden, meinetwegen 0,108, das ist jetzt ganz grob überschlagen. Und so weiter und so fort, also, und das entsprechend hier auch, entsprechend das, was ich gemessen habe oder was ich dann schnell mit dem Taschenrechner eingetippt habe, hier müssen sich dann entsprechende Sachen ergeben. Und, nochmal, wenn ich sage, Proportionalität, dann heißt das, je mehr, desto mehr, also Quotientengleichheit, dann muss der Quotient hier, der muss stets gleich bleiben. Der muss eigentlich gleich bleiben. Und, was es dann bedeutet, 0,11, 0,11 ist gleich, 0,108, da kann man dann sagen, ja, ist fast gleich. Aber da machen wir uns dann später einen Kopf. Das heißt, Messwerte ist das typische Mitschreiben. Aber gut vorbereitet in der Tabelle, damit ich weiß, was ich tun will. Also eine gut vorbereitete Tabelle ist wirklich tatsächlich die halbe Miete. Ich kann erstens schnell mitschreiben, schnell ausrechnen und ich sehe übersichtlich, worum es geht. Noch übersichtlicher kommen wir dann in der Auswertung drauf. Jetzt nehme ich noch einen Wert. Ich lege 4,4 Volt an und messe hier meinetwegen bloß noch 25 Milliampere. Und mein Quotient steigt plötzlich. 4,4 durch 25. Ich mache mal Pause, das muss nur noch schnell mal rechnen. So, jetzt habe ich hier noch was dazugefügt. Also 4,4 Volt durch plötzlich nur noch 25 Milliampere, obwohl eigentlich mehr zu erwarten wäre, ist 0,176. Das weicht mir schon ganz schön stark ab. Und so weiter und so fort. Also das bis dahin. Ich schließe jetzt dieses Video mal und wir kommen dann zur Auswertung gleich im nächsten Teil.